so dass die nächsten d nicht gut sondern nein ja ich habe es umprobiert bis rumgespielt kann man bitte so deutschland anpassen sehr schön oh gott das level und das mit realisem tactical mode das wird spaßig denke ich mal ach nee er ist da das wäre natürlich auch wieder mir schaden bereit ist natürlich wieder klar danke dafür du arschgeburt wo bist du komm her da bist du ja stehen bleiben oder noch besser du gehst mal hier hin dann kannst du nämlich hier wissen ne ja gut danke dafür was war so nicht geplant aber wenn du schon mal so lieb bist dann bin ich dir dafür auch ganz dankbar so kommt auf die genauso gut klappt naja hallo ach ja hier muss man den schalter umlegen nice ist schon ganz cool naja wenn man die gezielt einsetzt dann können sie schon eine echte ganze menge das problem ist halt irgendwie gezielt einzusetzen ist halt oder allgemein die typische gezielt einzusetzen ist halt relativ schwer ja was man auch jetzt gerade schon gesehen hat ähm ja der hat sich bei einer beißen lassen oder hat sich wahrscheinlich sogar beißen lassen ähm hier kommt ganz schön woran liegt das ich habe keine ahnung machen wir schon mal ein bisschen licht hier so ähm der chromiumbrowser im hintergrund zieht immer extrem performance ist ja gut ich meine die map hier ist sowieso immer extrem performance lastig ich weiß nicht woran das liegt aber wahrscheinlich irgendwas bei der sektorisierung vielgeschlagen äh ok weißt du was nein 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 du kommst mal her du bleibst genau hier na komm kannst du dich von dir hier ja ok ist schon besser kann er so schießen ja so kann er schießen ok schieß jawoll boah da da hätten wir fast die 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 heftigsten oder eine der heftigsten stellen schon mal gut da war ja was ähm hätten wir eine der heftigsten stellen schon mal gut absolviert das problem ist wenn ich jetzt sobald ich jetzt anfangen zu schießen werden wir hoffen auf mich aufmerksam und das wiederum ist nicht gut ich versuche mal wirklich hier ein bisschen durchzunehmen also solange wir unseren hier unseren plasmatypen haben versuchen wir auch ihn mal einzusetzen fliege oh es gibt noch eine welche wir sind noch eine welche von Nein! Ja ja. Das ist aber. Ach. Gott, so viele. Ey! Jetzt wird es witzig. Ähm, weiter? Unsere Tipp ist ja leider zu doof. Hey, wie kann man... Hä? Ich hatte aber noch nie einen. Wo kommt denn der jetzt her? Mann, ich wollte was machen hier, du Arsch. Komm mal bitte weg, ja? So, wie kann man die Dinger werfen? Kann man die gar nicht mehr werfen? Upsili. Kann man die gar nicht mehr werfen, oder was? Ah, mit X. Jee! 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 Wauw. So. Alles wiederum in den Haufen packen. Oh, ist auch noch eine. Danke dafür. Gibt es noch mehr? Nein. So. Dann kommt die noch dahin. Wupp. Und wir haben jetzt hier noch unsere Dinger. die hier auf wo rumliegt. Oder auch nicht. Doch da. Das ist lustig. So. Okay. Wow. Das war gerade die Stocker. So. Jetzt kommt die hier dran. Sehr schön. Das ist noch einer? Nein. Oh nein. Ah. Oha. Ahem. Wow, wow, wow. Wie viele Ärzte, Alter, eh. Wie viele von diesen Dingern da sollen wir denn noch bekommen? Das Problem ist halt, die Erste sind halt relativ stark. Sobald die dich erwischen, bist du tot. Die haben zwar absolut keine, die haben gar keine Fernkampfangriffe, aber die Echse tun halt extrem dolle weh, wenn sie dich treffen. Von daher muss man halt immer aufpassen. So, dann kommen wir mal hier, ne? Ein bisschen hier, ne? Die erledigen sich erst mal selber. Sehr schön. Wie muss das sein? Hello, my friends. Kommt nur noch was, oder wie jetzt? Wow. Ah, auch schwer nachladen vergessen hier. Wie war dieses Nachladen, Alter? Ich aktiviere es jetzt nochmal, vielleicht klappt es ja denn. Ist doch Bescheid. Ähm, enable, enable. Wie auch immer. Wo komme ich? Wo komme ich? Bleib hier vorm Leib. Danke, Dario. So, okay. Ja, hier die schönen Dinger, ne? Die sind natürlich wunderbar. Wir könnten tatsächlich immer ein bisschen Plasma-Munition einsetzen in der Map, weil hier sind ganz schön viele Plasma-Waffen. Alles andere wäre sonst eine Verschwendung. Ja, das war jetzt keine Verschwendung. Danke, Raffio. Aber natürlich, klar, wir haben natürlich Nutzung gespeichert. Okay. Eigentlich wollte ich nämlich das hier machen, anvisieren, aber das geht ja hier gut und dumm nicht Oh, wow, wow, bitte Lol, voll in die Pflanzen geschickt, alter, der hat den Rückstoß Okay, also dann doch nicht Hallo? Ja, kannst du mal herkommen, oder was? Ach ja Au, wow Sorry Ja, es hilft jetzt Ah, da bin ich für dein Pench, ey Da kann die Weppe echt noch spaßig werden Na komm, trink was Okay Jetzt kommt auch wieder eine spaßige Map und jetzt möchte ich erstmal die Pflanzenwaffen einsetzen I hope so Oh, das ist aber... Oh, ganz offenig, ich weiß nicht, ob ich jetzt fahre das hier Oh, ich hab... oh ich habquett auch noch die Knocher, klar, naja klar Da war ja klar Vielleicht sollte ich mir die Plasma-Boxen noch ein bisschen aufheben für die nächste Map, wenn dann wieder das mit dem Portal-Testing-Lab, weil die wird ja mit den End-Bossen ganz schön zerficken. Ja, ich muss natürlich erst die hier machen, ich weiß. Das wird dann Spaß jetzt. Boah, Alter, da schlitter ich hier einmal durch den ganzen Raum. Das Secret ist echt abfuck. Keine Chance, schaffst du nicht. Weil jedes Mal, wenn du hier rüber gehst, über die Kante fliegst du erstmal 30 Meter. Ich hab's gar nicht gedrückt. Ach man, leck mich doch am Arsch. Nö, schaffst du nicht. Das funktioniert nicht. Gut, versuch ich mal die hintere Kacke anzuvisieren. Schaffst du auch nicht. Ach, das ist doch Bullshit. Mann, ganz ehrlich, wer affiniert unseren Dreck. Ein Secret, was einfach nur darauf bestimmt ist, dass du 20 von Zucker brauchst, dass du das echt abfuckst. Ganz ehrlich. Geht doch. Meine Fresse. So. Okay. Da kriegst du echt AIDS. Ach. Ne, ich hab langsam kein Bock mehr. Weil wir haben nämlich gedacht, nicht gespeichert. Dann lass ich das jetzt erstmal. Ganz ehrlich. Fick mich. Das ist egal. Adrian. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Geschafft. Naja, auf dem Realism Tactical Mode ist sowas natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. So. Oh, Alter. 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 Das war's für heute. So, jetzt wird's richtig spartig. Komm jetzt schon. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Wieso geht die Tür jetzt nicht auf? Mann, ey. Mal ist sie auf, mal ist sie nicht auf. Jetzt war sie auch wieder auf. Wahrscheinlich muss ich doch jetzt länger warten. Das probierst du nur, wenn ich länger warte, dann ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein. Ich hab keine Ahnung, wie das wir schaffen soll. Nein. Ach, ich hab noch gekündigt. Ja. Das war, weil ich schon an der Tür stand. Okay. Ich hab' auch gerade mal 32. Ach Gott. Nee, wird also auch nichts. Sehr schön. Das wird auch nichts. Sehr schön. Ja. Aber ich setz' erstmal die hier ein und dann meinen Flasmer versuchen. Okay. Ich muss also Sekundärfeuer benutzen. Leck mich doch mal. Hallo? Nein! Deine Oma? Danke. Wie kann ich mich damit selber treffen auf der Entfernung? Ey, was ist denn das für ein Dreck? Alles so schwach? Ja. Aha. 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 Das war's für heute. Autoshutgun habe ich auch keine. Zu lange für Dornzeit. Viel zu lange für Dornzeit. Mal gucken, ob ich eine andere Zeit habe, wenn ich Kiege weckt habe, Feuer. Ne, brauchst du noch so lange. Geht also auch nicht. Auch nicht. Ach, der geht doch am Arsch. Also, ich versuche durchzurennen. Ja, so sicherlich nicht. Keine Chance. Kannst du machen, was du verwirrst? Wo kommt die denn her? Teleportiert die sich so rein, oder was? Man, er ist doch Bullshit, ganz ehrlich, wer findet so ein Dreck? Die Schmellschweinung wurde mit dem Schmerz nicht weg oder nach der Schmerz nicht, oder? Darmiert die zwölf, wenn du sie in der Strecke auf den Schmerz nicht mehr schleifst. Die Schmerz nicht, also nicht. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich natürlich überall hängen geblieben. Ich habe es jetzt zu schießen. Geht doch. Alter. Jetzt sind wir jetzt nicht überall hängen. Oh, jetzt hab ich die blaue Karte ver- Ich hab schon gespeichert, ne? Ja, okay. Gut, Pater-Shythmus rein. Sehr schön. Gut, Pater-Shythmus rein. Oops. Oh, jetzt hab ich's. Viere. Brauch. Weitere. So. Hier werden wir wieder, erst wieder. Da ist ein. So, jetzt ist's, okay. Oh, das ist gut. Das ist nicht da immer noch rein teleportieren, ich glaub das nicht. Das ist nicht da, ich glaube das ist nicht da, ich glaube das nicht. Ich bin die schon voll oder was? Ne, noch nicht. Das war die falsche Wache. Na komm. Ah, goddammit. Ich bin die. so gucken wie ich irgendwie die Revenants erledige Oh ist auch noch einer drinnen Oh ja nicht mehr trocken Ja komm Ja komm Ja komm Ja komm Ja komm Oh mein Gott, das ist doch bloßendig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.